Hey Leute, ich möchte sagen, hört bitte auf mit den Beleidigungen in der Schule, mit den behinderten Kommentaren. Es bringt euch nichts. Ihr könnt mich nicht runterkriegen, ja? Also lasst es einfach und alle, die meine Videos gucken, weil sie Spaß dran haben, ja, macht es. Und die, die meine Videos scheiße finden, guckt euch die einfach nicht an.